Was mir im Mediterraner gefällt, ist das Personalessen und kann man auch die Fitnessstudio benutzen nach der Arbeit oder streaming gehen und das macht viel Spaß. Ständig was los hier. Kein Tag ist wie der andere. Und nur positive Arbeitsthemen. Einfach ein angenehmes Klima vor und hinter den Kulissen. Wir sind ein Teil von etwas wirklich Beeindruckendem. Und es macht Freude und Stolz zugleich. Alles was wir machen hat mit Leidenschaft zu tun. Alles was jede Abteilung macht ist so von innen heraus und das Mediterraner wächst mit jedem Tag. Das ist in den 60er Jahren gebaut worden als städtisches Hallenbad. Und dann hat man im Jahre 2000 ein Private-Public-Partnership ins Leben gerufen und hat also ein Teil öffentlich weiterbetrieben und den anderen Teil mit der Sauna im spanischen Bereich gegründet. Und seitdem wachsen wir. Wir haben 2008 an den indischen Bereich, wo wir gerade stehen, den haben wir dazu gebaut. Wir haben gerade unser Thermalbecken neu gemacht. Wir haben noch Ideen und Gedanken für die nächsten 20 Jahre locker im Schreibtisch. Die Mitarbeiter sind sehr nett und freundlich. Obwohl ich manchmal meine Familie vermisse. Ich habe eine große Familie hier im Mediterranau. Ich bin seit 10 Jahren im Mediterranau und es war immer mir wichtig, dass all unsere 180 Mitarbeiter sich selbst verwirklichen können. Dass sie das, was sie in sich tragen, dass sie das auch an ihrem Arbeitsplatz ausleben können und dass wir gemeinsam wachsen und diesen Magic Moment unseren Gästen bereiten. Aber diesen Magic Moment kann ich unseren Gästen nur bereiten, wenn wir als Mitarbeiter, und da zähle ich mich zu, wenn wir den selber haben. Diesen Magic Moment brauchen wir von jedem Einzelnen. Und dann macht es auch Spaß und dann ist jeder Tag etwas Besonderes hier bei uns im Mediterranau. Wer einmal im Mediterranau war, der bleibt. Das gilt für unsere Gäste und unsere Mitarbeitenden. Viele von uns sind auch schon einige Jahre hier. Und das wollen wir auch nicht so schnell ändern. Werden Sie Teil des Teams. Bewerben Sie sich im Mediterranau. Vielleicht hier. Oder auch hier. Oder vielleicht hier. Schau doch gern mal bei uns vorbei. Oder auch hier. Oder vielleicht bei uns 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 bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020